So, es geht weiter. Die Frage ist nur, für wie lange? Und wie komme ich hier ein? Muss ich mit ihm reden? Ja. Ah! Er fährt nicht jedes Mal so langsam vor sich hin. Den Hund hatten wir, sonst brauchen wir hier nix. Ne, sonst machen wir uns mal auf die Suche nach Rain. Warum auch immer er nicht mitkommen wollte. Mysteriös. Hm. Ich überlege, sorry, ich überlege gerade, ob wir vielleicht noch einkaufen sollten und ob es da überhaupt was zum einkaufen gab. Ich will mal ganz kurz was gucken. Was? Ja, wir wissen es. So. Hm. Ja, mit denen hatten wir alles geredet. Ging es dir noch weiter? Hm. Ach, egal. Komm, lassen wir es. Hallo. Schade. Gibt es mir auch nur den billigen Plunder. Ein Apfel. Kein Apfelgel, ein richtig gesunden Apfel. Ja, komm. Regal, beeil dich. Beweg dir einen Hintern und komm. Wobei, ich will was gucken. Ich habe gelesen. Ich habe gelesen. Ja, ich kann lesen. Ich habe gelesen, dass der zweite Schwertänzer, weil ich nämlich weiß, dass... Warte mal, haben wir den schon? Ähm. Ja, den haben wir schon. Ich, äh, weil ich weiß, dass die ersten zwei Schwertänzer verpassbar sind. Ich habe den zweiten nämlich verpasst. Da habe ich gelesen, dass der im Gaurachia-Wald ist. Glaube ich. Glaube ich, aber ich weiß nicht wo. Das heißt, wir werden jetzt mal in den Gaurachia-Wald gehen und mal kurz gucken. Und ich hoffe, ich komme jemals wieder hier raus. Nee, da ging es ja nach da. Eigentlich... Nee, du bist nicht der Schwertänzer. Das weiß ich. Hm. Ich laufe mal mit heiligem Licht hier durch. Wow, wir haben ja richtig viel. Wie gut, dass Zellos die ganze Zeit anschaffen geht. Sag mal, Regal, warum betrittst du Altamira nicht? Hm? Hm? Ich mag diese Stadt nicht. Oh, wirklich? Weckt die Stadt in dir traurige Erinnerungen oder so? Auserwählter? Ja. Ich habe gehört, dass du auf eine Pilgerreise gehst und lange Zeit in einer Stadt im Süden verbringst, wenn es in mehr Tokio schneit. Okay, okay, okay. Anscheinend haben wir beide Narben, die wir nicht aufreisen wollen. Naja, ist auch egal. Ich wollte nur sehen, ob du der Regal bist oder nicht. Hm? Und wenn? Was wäre dann? Ich war nur neugierig. Entschuldige. Das ist jetzt echt mysteriös. A, welche Stadt im Süden, wo er sich aufhält und B, äh, was hat Regal denn? Und C, wo ist, wo wäre denn ein Schwert? Mein... Ah, scheiße. Shit. Okay, aber dann wissen wir, dass wir da nicht durchkommen müssen. So. Wir brauchen Licht. Wo Licht ist, da ist auch Schatte. Ja, ich hab einen Schatten. Ich weiß. Ich habe einen Schatten. Hm, wo geht... Boah, wenn ich den nicht gleich irgendwann finde, werde ich nachgucken. Ist mir egal. Dann gucke ich nach, weil ich habe echt Angst, dass wir den verpassen. Warte mal, wo geht's denn hier? Ey, der ist so verwinkelt. Alter. Alter. Wie soll ich denn mich jemals hier auskennen? Wie soll ich mich denn jemals hier orientieren? Ist der... Ist das der... Ist das der unendliche Pfad? Bitte sag mir, das ist er nicht. Er ist es. Na, super. Ich weiß noch nicht, wo ich hin muss. Mann. Und ich habe kein... Ich habe kein heiliges Licht mehr an mir. Dabei bin ich doch so heilig. Weiche von mir, böser Geist. Hm. Hm, 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 hm. Boah, ich habe keine Ahnung. Ich habe sowas von keine Ahnung. Hier waren wir überall, aber... Boah, das wird knapp. Aber... Hä? Wo wir jetzt insgesamt hin müssen? Keine Ahnung. Das war wieder ein unendlicher Gang. Ich sehe es doch. Ja. Manu. Manu. Ich hätte gern Fluchtseil. Bitte. Und warum sind hier überall diese verkackten Blumen? Okay, jetzt sind wir hier wieder am Ausgang. Wisst ihr was? Ich gucke kurz mal nach. Es ist mir egal. Ich gucke jetzt kurz mal nach. Das war's. Ich gucke das mit euch zusammen nach. Obwohl die Folge dürfte eigentlich auch... Die Folge dürfte eigentlich fast vorbei sein. Dann würde ich sagen, tschüss, bis in der nächsten Folge. Ich gucke's derweil mal nach.